Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Dirt Rally. Weiterhin, wenn die Tappe 7 von 12 beginnt. Schreckenlänge 9,9 Kilometer lang, Unterschied in Höhe lang, minus 30 Meter. Grober Schotter 6%, leichter Schotter 9,20% und milderer Schotter 65%. Aktuelle Position 7,9,28 Minuten und 46 Sekunden. Und das Ganze wieder bei Nacht. Das bedeutet, wir dürfen die Räder erstmal vorreparieren, die Karosserie plus den Scheinwerfer. Ganz wichtig ist auch das Getriebe wieder. Der Kühler sowieso, der Turbo und der Motor brauchen wir auch. Die Antriebswelle dürfen wir auch nicht vergessen. Also ich kann hier viel reparieren. Und die Bremsen noch, was geht noch? Was geht denn hier gerade so? Jawohl, das passt doch. Ich merke gerade die Radaufhängung, da habe ich keine guten Mechaniken insgesamt. Für den Auspuff, das geht ja auch noch 78. Okay, wir lassen das einfach so. 29 Minuten, wir nutzen fast die gesamte Zeit aus. Ich muss mal ganz kurz auf den Zwischenstand gucken. Ich habe 20 Sekunden Vorsprung auf den Intermeer. Ach du Scheiße, ne. Komm rum um diese Kurve, meine Güte. Mach zu bis 1. In rechts 4, lang. In links 6. In rechts 2, lange Kuppe. In links 4, gerade, über 2 Kuppe. In links 3, lang 60. In links 6, über Kuppe. In rechts 2, lang. Nicht schneiden. In links 3, lang. In rechts 4, über Kuppe. Ja, dann kommt dann doch mal so ein kleiner Hügel. Ich fasse das mal. Also, Wades mag ich einfach nicht. So eng. So viele Sprünge. In links 4, rechts 3, verengt sich 40. Richtig, das meine ich damit. In links 5, rechts, halten über Kuppe. Links 5, rechts, halten über Kuppe. Links 6, lang. In rechts 6, links, halten über Kuppe. Rechts 5, lang, verläuft über Kuppe. Innen halten. Links 4, macht auch lang. Links 3, lang. In rechts 6. Links 6, durch Tor 60. Links 4, in rechts 4, lang. Mittig halten, über großen Sprung. Tor links 6. Und rechts 6, über Kuppe. Vielleicht Sprung. In links 5, lang. Nicht schneiden, 40. Links 6, lang, über Kuppe. Und Kuppe in rechts 6, lang. In links 5, lang. Rechts halten, übersprung. Das sind keine 6er für mich, weil die kannst du nicht vollnehmen. In links 5, heimland 100. Das ist das erste, wollte ich nicht runter. Links 6, in rechts 3, lang. Mittig bleiben, Baumstämme aus. In links 6, in rechts 6, links 6. 40, 90 Grad links. In rechts 5, über 130, kehre rechts. In links 6, 60. Achtung, links 3, hängt nach außen, nicht schneiden. In rechts 6, über Kuppe, rechts 1. In links halten, über Kreuz und Kuppe. Rechts 6, halb lang. Und links 4, lang, über Kuppe. Und rechts 5, über 100. Links 6, in Achtung, rechts 2, macht zu bis 1. In links 4, lang, und Kuppe. Und rechts 5, über 100. Links 6, in Achtung, rechts 2, macht zu bis 1. Rechts 5, über Kuppe, Baumstämme, in Achtung, links 4, Bauchstämme, Kuppe. Sogar was aufgeholt. Super. Und links 5, macht zu bis 4, über Kuppe, Baumstämme, am Ausgang. Achtung, links 6, in rechts 2, macht zu bis 1, lang, nicht schneiden. 5, 2, rechts 6, in links 4, macht zu bis 3, 8. Ja, ja, 5. Tu mir auch mit deiner 5, ey. Ja, danke, dass du 5 sagst. Das ist keine 5, wenn ich da im zweiten Gang komme. Und links 5, lang, über Kuppe, rechts 1. Es ist eine 4 gewesen. Da wäre ich nicht so viel aufs Gas gegangen. Nein, es ist eine 5. Und rechts 6, links 6, Kuppe, rechts 5, links 6, Kuppe, rechts 5, links 6, in links 4, Kuppe und rechts 3. Naja, 25 Sekunden, weil ich da unten wieder festgehangen bin. In rechts 5 und links 5. In rechts 2. In links 5. Rechts 6, in Achtung, links 5, über Kuppe 80, über Kreuzung, 90 Kamm rechts. Links 3, halb lang, über Kreuzung. In rechts 5, lang, nicht schneiden. Und Achtung, links 4, lang, über Kuppe, in Kehre, rechts. In links 4, über 100, nicht schneiden. 100 durch Senke, links halb lang, über Kuppe. Links 6, 40, links 3. Rechts 6, links 6, über Kreuzung. Da hat fast nichts verloren. Links 6, über Kuppe, 130. Achtung, rechts, halten, übersprung, über Kreuzung, bremsen. Links 6, in offener Kehre, rechts. Links 6, über Kuppe, 80. Was kommt man in der Skille, die ich einfach nicht mag? Links 4, eng, nicht schneiden. In links 6, halb lang, 60. Achtung, rechts 5, lang, in Kehre, links. Achtung. Boah, komm rum. Links, halten, über Kuppe, mittig halten, über Kuppe, 80. Rechts 5, lang, über Kreuzung, 100, über Halt, Kuppe. Rechts 6, lang, über Kreuzung. Da kannst du auch nicht reagieren. Das Auto hüpft, 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 du willst reagieren. Aber dann klappt nichts mehr. Achtung, mittig halten, übersprung, unter Bergabremsen, scharfe Linkskurve. Ja, gut, das Schluss war der Schritt ja fast gar nicht mehr. In links 1, macht lang, auf bis 2, lang. 60, Achtung, rechts 4, über großen Sprung. Und rechts 6, über großen Sprung, 40, Bergabremsen, rechts 3, Spritzwasser. Rechts 2, durch Tour, macht lang, über Kreuzung. 60, über Kreuzung. Links 5, über Kuppe, in rechts 6, lang, 60, über Kuppe. Überzieht das wirklich gerne. Und das ist eine schwierige Etappe gewesen. Zum Schluss, wenn man so was aufgeholt. Aber die eine Stelle, die mich richtig angeholtzt. Du kommst von rechts 2, sagt dir die links 5. Bei der links 5, danach gebe ich Vollgas. Ja, aber wenn ihr in den 4 gesagt habt, die dann mit der Alpgas natürlich gefahren. Das ist halt der Unterschied da dran. Also man verlässt sich da teilweise zu sehr drauf. Und dann fährt man dann halt zu schnell. Und dann riecht man sich halt darüber auf. Deswegen ist dann nur der 8. Platz. Weil, zieht man die 14 Sekunden ab, dann wäre ich 6. Ja gut, da hätte ich aber nichts verloren. Aber diesmal habe ich glaube ich was verloren, oder? Auf den Rösten. Ne, ich habe sogar aufgeholt. Ja gut, ich habe sogar ausgebucht. Von daher, den 6. kriege ich auch nicht. Also die 6. sind echt stark. Da vorne. Aber das regt mich halt, sorry, dermaßen auf. So, so, aus der rechts 2, in der links, in der 5, gebe ich Gas. Wieder eine lange Etappe. 10 Kilometer genau lang, unterstehen Höhen lang, plus 30 Meter. Und der grobe Schotter 6%, leichter Schotter nur 20%. Und der mittlere Schotter 65%, siebter momentan. Das werde ich auch versuchen durchzukriegen. Aber bei manchen habe ich mir nur gedacht, Junge, kleinere Ansagen. 4, 3, 2, 1, vornicht, rechts 4, lang 60, überwäldet. Links 6 und rechts 5, lang über Kuppe, verläuft, über Kreuzung. In Vorsicht, links 6, über Kreuzung. Links 3, durch Torspritzwasser. Ach, ne, ist doch umgekehrt, oder was? In links 6, übersprungen. In Achtung, links 3, verläuft, übersprungen. Rechts 1, lang, mach zu, nicht schneiden. In Schaf links, Pfosten, in 60. Ich habe mich nicht mehr, den Pfosten hat er doch vorhin auch nicht erwähnt, hier. Achtung, mittig halben, übersprungen. Und dann nimmst du die Wand da mit. Und dann nimmst du die Wand da mit. Links 5, links 5, in den, rechts. Das ist uns auch mal eine Haarnadel hier. Oder eine scharfe Kurve. Umgekehrt gar nicht. Kuppe, vielleicht Sprung, über Kreuzung, 170. Vorsicht, rechts 6, übersprungen, 60. Rechts 6, über Kuppe, über Kreuzung. Innen Vorsicht, links 6, Kuppe, Welle. In 2, lang, Tragen, innen. Kuppe, rechts 6, links 6, rechts 6. Über Kuppe, 110, durch Senken. Achtung, rechts 4, lang, nicht steigen, macht zu, bis 3, über Kuppe, sofort, 4, links. Und rechts 4, lang. In links 5, lang, Tragen, innen. In Achtung, rechts 3, eng, sofort, 90, lang, links. In rechts 6, Verkürzung. Das finde ich auch verwirrend. Da muss was gehen. Okay, abkürzen kann man hier nicht. In rechts 3, lang, in links 3, halb, lang, Kuppe, vielleicht Sprung. In rechts 4, 60. Rechts 6. Vorsicht, links 6, über Kuppe, 80, bergab, 90 Grad rechts. Rechts 6. In links 4, halb, lang, innen, halb. Ey, der kommt da gar nicht rum, auf einmal. Ich gebe Gas, aber der Wagen kam nicht rum. Habt ihr das gesehen? Als wenn der noch schiebt hinten. In rechts 5, lang, Tragen, in rechts 5, lang, Tragen, in rechts 5. Wo du Vollgas drückst. Rechts 1, nicht steigen. In links 6. In links 2, lang, macht noch 100. Vorsicht, Baumstämme, rechts 5, 80, durchsenken. Rechts 3, über Kuppe, 60, links halb, über Kuppe. Rechts 4, nicht schneiden, 60. Links 6, lang, über Kuppe, in Vorsicht. Rechts 4, lang, nicht schneiden, Baumstämme, innen, 60. Rechts 6, halb, lang, 60, über Kuppe, 80, links halb, über Kuppe, Bergkampf, in rechts 4, lang, in links 1, lang. In rechts 6, in links 6, in links 6, in links 6. Das ist auch so, weil du benutzt die Handbremse, gibst Gas und merkst, dass der Wagen wieder untersteuert, also über die Vollachse schiebt. Und dann bremst du wieder und dann schiebt er nochmal. Das finde ich auch ein bisschen blöd. Links 1, 14. Das merkst du halt bei langen Kurken. Rechts 2, nicht schneiden, hängt nach außen. Mit dem kurz merkst du das ja gar nicht. In links 6. In Achtung, rechts 6, sofort, kehre links. In links 4, lang. In Achtung, 90 Grad, rechts, nicht schneiden, Baumstämme am Ausgang. Ich die Bombenstämme. In links 6, 60. In links 3, lang, nicht schneiden. In rechts 6, 60, über Kuppe. Achtung, rechts 5, in links 3, rechts, über Kuppe. Doch, das ist jetzt genau umgekehrt, okay. Rechts 6, in vorsicht, links 6, mittig, halten. Da habe ich nicht mit aller Gewalt versucht, die Kurve zu kriegen noch. Habe ich dir wahrscheinlich gemerkt. In Achtung, links 6, lang. Über Kuppe, sprung. Rechts 5, und rechts 5, lang. In links 6, lang. Warum ist die um 100 Meter länger? Wenn es die gleich ist. Durch Tor, Kuppe und links 5, lang. In rechts 4, 40, Tor. Rechts 6, 40. Links 6, in rechts 3, lang, 40. Rechts 5, über 80, über Kuppe, macht zu bis 3. In links 5, über Kuppe, macht zu bis 4. Rechts halb, vielleicht Sprung. Links 6, rechts 6. Links halb, über, vielleicht Sprung. Rechts 5, lang, in Richtung, links 6, großer Sprung. Rechts 4. Links 6, 40, Welle. Rechts 3, lang, über Kuppe, macht zu bis 4. In links 6, Kuppe, Sprung. Rechts 5, lang, 60. Links 4, lang, in den Halt. In Achtung, rechts halb, über Sprung, links 6. In rechts 2, lang, in links 3, lang. In rechts 6, lang. In rechts 6, lang. In rechts 6, lang. In rechts 3, links 6. Rechts 4, Kuppe. Links 4, lang, in den Halt, 100. Links 4, lang, in rechts 1, lang, 60. Die war jetzt nicht lang, die war kurz. Kehre rechts. In links 2, macht zu bis 1, über Kuppe, 60. Nicht bis 10. Boah, Junge. Also ich fand, im Rückwärtsfahren bei der Etappe die Ansagen genauer als bei hin. Ja, das ist ganz komisch teilweise. Aber diesmal 6 da. Was mache ich damit? Also hier waren die Ansagen für mich jetzt klarer und auch tiefer angesetzt als bei der, bei dem Umgekehrten. Warum auch immer. Kann man nur noch eine Einbildung sein. Aber ich hatte so zumindest das Gefühl. Ach Gott, wir haben ja riesen Vorsprung jetzt auf den, äh, wo ist denn der Böse? Und was hat denn der voranschaltet? Wir haben ja riesen Vorsprung. Und Gott, in der Gruppe, die geben sich noch da vorne. Ja gut, 30 Sekunden auf den 5, auf den 6. Das wird, glaube ich, nichts mehr werden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.